Zwei meiner Baby-Gottesanbeterinnen haben sich heute um eine Fruchtfliege gestritten. Um weiteren Ärger aus dem Weg zu gehen, habe ich den Rest dann einzeln gefüttert. Die kleinen Monster sind jetzt im Larvenstadium 2 und man kann schon ihre kleinen Muster auf dem Beinchen erkennen. Ich wünsche, ich hätte auch einen Wiedererkennungswert.